Musik Als ich angefangen habe zu arbeiten, das war mir so ein gewisser, innerhalb meiner Arbeit, eine gewisse Umwandlung von meiner Vorstellung, was ich erreichen könnte mit der Skulptur. Und was mich interessiert, ist die innere Energien von Materialien. Wie das, was so uns erscheint, was ist der kausale Hintergrund zu diesem Erscheinung. Und das ist genau, was ich ein bisschen haben wollte in meinen Arbeiten. Ich wollte die innere Form. Und ich habe natürlich zum Teil diese Geometrien übernommen und ich habe das irgendwann befestigen müssen. In dem Moment, dass es befestigt war, habe ich gesagt, das muss nicht dann gerade sein. Musik Was ich gelernt habe, ist wirklich eine Konsequenz von einem Umgang mit Material. Und wenn man damit arbeitet lang genug und sich damit abgibt und Formen sucht und irgendwas und am Ende ist es möglich, Ideen und Emotionen von diesen Formen abzulesen. Und das ist, wie die Bildhauerei funktioniert. Aber wie es wirklich funktioniert hat, ist, dass der Bildhauer lernt die ganze Zeit von dem Material. Das ist ein Dialog mit Material. Musik Alle Ziele, die ich habe, kann ich nur erreichen durch eine Auseinandersetzung mit Bildhauerei. Ich kann nicht die Zukunft planen. Aber ich habe eine sehr empirische Arbeit. Ich mache irgendwas, ich lerne etwas und ich gehe weiter in den ganzen Prozess. Und das ist eine Entwicklung. Ich sage das in aller Ernstigkeit. Wenn ich das Material ändere, ich merke, wie das Material mich ändert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020